Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei einer neuen Folge Neverwinter Nights. Ich bin hier mit meinem Zweihandwaffenkämpfer und ich habe den ja jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, weil ich halt mit dem Bogenschützen unterwegs war. Deswegen ist der durch Späten schon auf Stufe 42 und ich habe mir gesagt, jetzt muss ich mal wieder weiterspielen, einfach um ein klitzekleines bisschen wenigstens den Level aufzuholen. Wir haben neue Aufgaben und neue Vorbildfälle und so weiter und so fort. Und der neue Vorbildpfad für den Zweihandwaffenkämpfer ist der eiserne Vorkämpfer. Da haben wir drei Stück, ähm, bedrohlicher Sturmangriff als zwei. Markiert werden, aha. Ja, also es ist sehr, wie soll man es sagen, eher wohl für verteidigende Sachen gedacht. Ähm, der Schaden liegt bei 900 und 1700. Wie viel sieht es hier aus? Aha. 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 Naja, wir nehmen auf jeden Fall mal hier eiserner Vorkämpfer. Das ist einfach, weil das ist halt der neue Pfad und den nehmen wir jetzt einfach mal. Aha, mit jedem Folgetreffer machen wir mal. So, die Wahrscheinlichkeit im Endeffekt auf kritische Treffer wird um 1,5 erhöht, jedes Mal wenn man ihn trifft, das heißt dann 3% und 4,5 und durch Schrank 2 bekommt man 5, äh, ne, 4,5, 5, 5, 6%, 7,5 müsste es da nachher sein, naja. So, Schrei, der war... Mhm, das ist nicht so gut, zu Boden springen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mal hier meinen Schlag, den habe ich schon hoch. Mein Rundrumwirbeln, das benutze ich ja auch sehr gut, das hier ist auf jeden Fall sehr gut. Mit der Ulti bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, das zu Boden schmittern, das Leben, das Rundum schlagen. Ja, das muss ich mir alles mal in Ruhe durchlesen. Genauso die Talente und so weiter, damit ich da nichts falsch mache. Ähm, so, Attributwerte, ja. So, Stärke ist für uns auf jeden Fall wichtig. So, das und das. Und dann kann es weitergehen, würde ich mal sagen. Gucken wir mal kurz ins Inventar. Nach so langer Zeit habe ich ziemlich viel Scheiße angesammelt, muss man ja feststellen. Ähm, die wir erstmal loswerden müssen. Wir haben ja schlichterweise Stufe, äh, 20 erreicht. Also, äh, mit, ähm, Schneidern. Und dann, dementsprechend viele geschneiderte Höslein habe ich im Inventar. Die ich nicht brauchen kann. Ähm, das kommt weg. Äh, identifizieren, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Okay, ich würde mal sagen, damit sind wir jetzt soweit fertig. Ähm, wir machen noch kurz, hier liegen unsere zwei Sachen an. So, zwei neue Sachen angelegt. Und der Rest ist... ...relativ uninteressant für uns jetzt. Erstmal. Gut. Hier vorne war noch ein Quest... Ja, war ein Questgeber gewesen. Der ist wohl nicht mehr da. Ich glaube, da bin ich auch zu hoch, äh, im Level. Äh, gucken wir mal. Wenn ich sieben Level über dem bin, was die Monster hier haben, dann greifen die mich auch nicht mehr an. Das heißt, dann kann man hier einfach so durchmarschieren. Ohne groß was zu machen, äh, oder beziehungsweise ohne groß da... Ähm, ja, dass die einem in die Quere kommen. 36, ne, ist noch nicht so weit. Was macht ihr denn hier mit meiner Heilerin? Also wirklich. Meine Heilerin, lasst die ja in Ruhe. So. Ah. Ach so, ich muss hier verschiedene... ...Siegel und sowas holen. Ich mag die Dicken hier nicht. Ah, jetzt aber. Na, also, das geht doch. So, okay, das, das, das. Ähm. Warte mal hier, ein Feuerschen zum Anmachen, ne? Oh, ein schönes Feuer. Wir gucken mal kurz. Wir haben ja auch noch hier, die müssen wir zuerst verbrauchen. Okay, die nehmen nur Platz weg. Ah, noch ein bisschen Heilung. So. Dann geht's mal weiter. Oh, ne Spinne. Ne dicke, dicke, fette Spinne. Ei, 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 ei. Naja. Gelohnt hat sich's nicht, aber okay. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier ein bisschen, äh, durchzuraschen. Um auch wieder auf meinen entsprechenden Level zu kommen. Beziehungsweise um dem entsprechend... Ähm, ja. Um halt entsprechendes aufzuholen. Durch das Beten kriegt man, meines Erachtens nach, viel zu viel Erfahrungspunkte. Man sollte da fast gar keinen bekommen, wenn überhaupt. Weil das einem irgendwie... Ähm, man braucht halt einfach nicht zu spielen. Weil man kann ja einfach sich hinstellen ab Level 11 und kann beten. Ähm, man kann dann wirklich innerhalb von... Ich schätze jetzt einfach mal grob, wenn man jetzt wirklich regelmäßig betet, dürfte so zwei Monate die, äh, Stufe erreicht sein, wo man mit Beten ab, auf Level 60 kommt. Zwei, vielleicht drei Monate. Das geht also eigentlich so recht zügig nebenbei. Wo ist denn da mein Bogenschütze hier? Ich mag doch keine Bogenschützen, die mich anwichsen hier, also ehrlich. Oh Mann, ey, wie viel Sinn denn hier? Das ist ja furchtbar. Das ist ja als ob mal... Pest an den Anse-Shatter, ey. Oh, dann gucken wir mal weiter hier. Ah, da hinten war noch was. Meistens sind sie so in diesen versteckten Ecken. Mal gucken. Oh, dunkele Gänge. Wir sind jetzt natürlich auch dementsprechend schlecht ausgerüstet für unseren Level, aber eben nicht hier für dieses Gebiet. Und noch mehr davon. Da ist der wirklich praktisch hier mit seinem Rundumschlag, macht der eigentlich recht viel Schaden, so Monstergruppen. Das ist ja, da hinten war noch was. na also die namen auch uns mal hier noch ein bisschen um da ist eine kiste blaue symbole na komm wunderbar und nicht schon wieder da ist ja wirklich ja schlimm hier sind ja echt das ist ja sehr abartig was hier monster rumfliegen und durch gar nicht erinnern das hat so extrem war hier mit dem magier oder mit dem dieb viele pestkranke hier wo alte kommen wir da aus den fallen raus die ganze zeit hier ist feile in die frage so na komm ein kleiner glaube ich den kopf genick gebrochen dem armen kleinen kämpferlein böser böser und toter schafft doch mal das unter war ja ich glaube da gehen wir mal hier außenrum erst mal da hinten geht auch eine treppe runter wunderbar so was haben wir jetzt hier hey machte was er denn jetzt sind also gegner der mehr wegläuft da schon noch nicht gehabt ist denn jetzt sind oh mann eine trollkiste ich hasse trollkisten ich hasse sie so abgrundtief das glaubt mir keiner drecks dinge so noch ein feuerchen anmachen wunderbar gucken wir mal wo der hingelatscht ist der böse gegner auf dem weg wird bestimmt wieder 3000 unterten begegnen jetzt scheint der dann schon hier so an zu haben wann ich diese folgen die ich jetzt hier aufnehme sende das weiß ich noch nicht das ist jetzt immer so ein problem gab räuber ein magier ach das ist ein endgegner ach das ist auch ein endgegner ein richtiger spieler entgegner hier ne ne nochmal falle ich darauf nicht rein hier ich habe selber ein magier ach und das war auch schon dahin warste jetzt du noch kannst dich auch nicht vor mir verstecken oh der da trinkt heiltränke ach komm ich schaff das doch ohne heiltrank wusste ich doch dass ich keinen heiltrank brauche du hättest ja auch mal ein bisschen hier in den kampf eingreifen könnten wir ein bisschen hier heilung geben und so ja genau wo ist denn jetzt die kiste ach die müsste dahinter sein da ist sie ja es war ja ernst hier so also jetzt aber einen schönen neuen helmen nehmen wir doch direkt mal hier ja ja das ist gut gut 22 minuten sind rum das war ein relativ langes gewolle muss ich sagen ich äh melde mich im nächsten folge wieder wenn wir dann schnell weiter reiten um unser ja weiter zu kommen bis dann tschüss 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 tschüss